Hallo und herzlich willkommen zur Wochenendausgabe von Stimme Aktuell. Weil er Leuchten mit Quecksilber, Fässer mit Altöl, mutmaßlich krebserregende Glaswolle, asbesthaltige Dachplatten, Altbatterien und Schrottautos auf einem unüberdachten Gelände in Heilbronn frei lagerte, hat das Heilbronner Amtsgericht einen Kfz-Handwerker zu 1200 Euro Geldstrafe verurteilt. Die gefährlichen Stoffe hätten auf geschotterten Gelände Boden, Wasser und Luft erheblich gefährden können, schärfte der Richter dem Angeklagten ein. Erst nach einer Anzeige wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen hat der Mann die Problemstoffe von Firmen entsorgen lassen. Der Arbeitsmarkt in der Region entwickelt sich weiterhin positiv. Im März ist die Arbeitslosenquote im Unterland leicht auf 4% gesunken. Für junge Menschen gibt es aktuell noch mehr als 2000 unbesetzte Ausbildungsstellen. Auf neuen Wegen zeigen, wie attraktiv die Stadt ist. In Heilbronn soll es in Zukunft Stadtführungen mit dem Kanu geben. Von ersten Probetouren waren alle Beteiligten begeistert. Mit einer Saisonabschlussfeier lassen die Heilbronner Falken am heutigen Freitag die Spielzeit 2016-2017 ausklingen. Nach dem auf sportlichem Wege geschafften Klassenerhalt sollen die Fans ab 19.30 Uhr in der Kolbenschmidt Arena nochmal die Möglichkeit erhalten, mit den Spielern zu sprechen und Autogramme zu sammeln. Zudem wird es eine Trikotversteigerung geben. Nur, nur heißt das aktuelle Programm des Kabarettisten Dieter Nuhr, mit dem er heute um 20 Uhr in der Heilbronner Harmonie gastiert. Der vielfach mit Preisen ausgezeichnete 56-Jährige ist auch durch seine Fernsehshow nur im ersten bekannt. In der Harmonie fühlt er wieder dem Zeitgeist auf den Zahn. Soweit Stimme aktuell für heute. Bis zum nächsten Mal und Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut.